Das ist mit Zütteln. Das ist mit Zütteln. Das ist mit Zütteln. Das ist einfach mal ein Woddelkopf. Das ist mit Zütteln. Das ist mit Zütteln. Das ist mit dem letzten Jahr. Ja, auch. Ach, das ist die von... Ach so. Das ist halt, das verstanden. Ja, deswegen. Komplett, wenn man es hört, oben hier und in der Bahn. Achtung, jetzt komme ich. Ja. Ja. Den mach ich dich auch. Geiles Wind hier. Alter. Ich mach mir mal eine große Hand. Ich mach mir mal meine große Hand. Ich mach das. Ich mach mal ein bisschen mehr Gas. Ich mach mal ein bisschen mehr Gas. Dann schaue ich das mal langsam zu den Ganzen. Mach mal. Mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas. Mehr Gas. Marco! Ich mach das nicht raus. Das wird auch zu feindlich. Ja? Ja? Ja, oi! Ja, oi! Schon voll heiße Dinge, ey. Ja, muss doch. Das war ein volles Loch drin, ja, ne? Das ist schon voll heiße, das ist kein Gehterraum. Haha, das ist wieder oben. Das ist wieder oben! Das ist ein Fahrrad. Haha, ja, 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 ja. Wie geht der Rückwärtsgang rein? Sag nicht, die Benchys haben keinen. Schau mal, stinkt das denn? Ich muss aber mal zeigen, was das Ding kann. Das gehört nicht mir, Junge. Ja, deswegen ja. Zaya & Cobras gegen eine C-FM 800. Festgehalten! Da hat aber ganz schön was geknackt. Bei dir, die waren im Arte. Ich bin gesprungen. Ihr bringt euch, ich auch nicht. Ja, schuldig! Zugabe! 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 Das Witzige ist, letztes Wochenende haben wir das mit 3Kfx eine halbe Stunde lang gemacht. Oh, Hoppe ist auch wieder unterwegs. Oh, Hoppe ist auch wieder unterwegs. Boah, boah, boah! Boah, boah, boah! Boah, boah, boah! Ey, dann ist doch mal schlecht! Hey, pass auf, dahinter steht nur meine Geld. Nee, dann wird's doch nichts. Hab ich. Komm, zieh mal richtig durch. Ja, zieh mal richtig durch. Bin ich denn jetzt für die Löschung hier aufgenommen? Ah, sieht doch keiner, außer die Kamera. Komm, mach! Gib mal PIN! Weißt du, da gibt's noch nix Okay, warte! Halt! Hey Tim! Hey Tim! Halt dich am Anhänger fest und lass dich ziehen! Philipp! Halt dich an! Komm, komm! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020